herzlich willkommen auf meinem kanal das ist unser erstes video mein name ist panda und mein treuer begleiter ist der kapitän genau ja wir fahren mal heute eine runde gewertete gefechtet mal wieder zusammen das wird wahrscheinlich unser erstes video auf youtube werden und wir wünschen euch jetzt schon mal ganz viel spaß und wir haben endlich mal ein gefecht gefunden was wir vorher die ganze zeit nicht gefunden haben mal schauen wie das jetzt wird so mit dem mal schauen was unser team hier macht einmal die akazuki benson in den appell ist kannst du schon raus klatschen mit der chance das einzige was so das ding ist es ist wahrscheinlich die sie noch wenn die gut steht weil wenn der typ die fahren kann ja so fahren wir denn mal hin bt angriff ja dann frage ich mich aber gerade was unsere miyoko da abdreht ja die kommt zurück sehr brav so sollen wir hier hier links wo noch diese andere kleine insel ist wobei ich glaube da kommen wir nicht durch doch mal direkt ins kreuzfeuer so jetzt gleich gleich vierfach zitadelle und das war's mit ihr ich habe nur noch einmal geschafft drei tonnen ab scheiße die dreht ab aber auch die da gemacht eine scharno hast wo die haben glaube ich das gleiche vor wie wir ja hochheitlich die böse breitseite zu gehen ob rupack und die böse breitseite zu schauen hast wobei noch ist alles gut noch ist alles gut und das rum ist auch nicht das ist auch noch viel besser so sollen wir mal ein bisschen hier sie noch pushen wo sieben neun das so ein flugzeug dabei waren sie noch leon hat kein leon hat ganz ja ich werde jetzt voll top fressen dankeschön fürs schubsen ich rette dich aber ich nehme trotzdem ein milz das du nicht kommt doch ein nämlich mit aber das tut auch weh und das war das gefecht hielt jetzt sehr lange an und da ist schon wir haben schon wieder neun u-boot kapitän hier ja ich muss ja meinen namen alle ehre machen der beste u-boot fahrer in letten ich überlege was mache ich gerade hier eigentlich planlos nach vorne fahren ab zum verrecken hier ich fahr auch wieder meinen rotz zu sagen fängt ja gut an aber zieht der däller auf die in den doppel ist ja ich hätte aber gern vernichten den schlag gesehen man kann halt nicht alles haben ja das was mache ich hier eigentlich eigentlich naja ich finde das so geil dass man da colorado auch auf der breitseite mit der scharnoß ordentlich was drücken kann obwohl man eigentlich dieses kleine kaliber hat scharnoß ist schon schönes ding die bleibt stehen da hinten ja die kolle schießt jetzt auf mich sehr schön das rum ist jetzt ordentlich im karton was ging ich glaube da hat mir mehr die sinop weh getan aber ich habe hier 8000 gedrückt ich glaube da hat mir mehr die sinop weh getan als dass die kolle mich jetzt geknackt hat so richtig ekelhaft staub ich jetzt den kill da hinten ab den ich überhaupt nicht verdient habe jetzt am besten so vier durchschläge und kein damage sehr schön das problem ist die gegner haben zwei caps wenn ich jetzt selbst verknallt wäre würde ich sagen wichtiger kill richtig wichtiger kill ich muss gleich mal ein flugzeug ändern hier ich habe diesen prozent weiter da drin ach du hast diesen müll drauf ja genau ich habe das gefühl dass wenn du den raushaust dass er noch mehr streuung hast als dass du weniger streuung hast also mein gefühl in den ledges alles was positiv auf die geschütze ist wirkt sich mehr negativ als positiv aus gefühlt sehr schön secondary kann jetzt arbeiten jetzt erst nee nee die arbeit schon länger seitdem ich da hinten rum bin zeug ich noch frau ja ok schön ich lache ich lache jetzt wenn kein top trifft doch die treffen alles safe oder einer trifft safe immer eine ist der andere gerade ausgelaufen ja die sind ausgelaufen weil ich die auf 6,1 kilometer rausgehauen aber deswegen das war nicht ganz so schlau wenn wir glück haben dann können wir trotz nachteil eigentlich noch gewinnen das wäre schon geil ja unsere zerstörer müssten aber ketten ne die akatsuki müsste jetzt raus sein ja wie alles an der colorado abprallt du schießt ja auch he ja auf die äh auf den zerstörer du hast aber die kolle getroffen ja das war nicht grad mit absicht komm 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 wird die kolle so blöd sein und weiter rückwärts fahren wenn ich es mir ist auch egal weil ich habe noch top auf der anderen seite und dreh ich jetzt weiter rückwärts naja ich würde mal sagen drei tops in your face in range das rum ist jetzt im karton und du kriegst du auch ja katsuki wollte ich auch ein bisschen haben die habe ich ganz vergessen mal gucken was der flieger so bringt der flieger bringt eigentlich nichts ja du musst ihn da muss ihn rausschmeißen dann schießen ja das habe ich gemacht habe ich gemacht also dumm bin ich dann auch nicht ja ja es gibt aber leute die sagen er schießen dann rausschmeißen war game hat es ja auch gesagt als sie ihn angemeldet haben dass sobald du die taste drückt und der so grüne leuchtet da dass er dann raus ist und ab dann hast du ja diese bessere reichweite komm schon komm schon greisen auch komm schon das heißt eigentlich mit dem verbesserten siegmower wert aber wir wollen ja manier zu zählen ich glaube ich schieße jetzt gleich mit he auf die sinop weil viel damage mache ich da jetzt nicht die ist auch gut angewinkelt also ich habe es nicht ganz verstanden warum er am anfang so komisch gefahren ist aber jetzt geht es eigentlich so zwei schiffe dann ist dieses gewertigte gefecht auch vorbei wie steht es dann dann mit der benzen ja die müsste mal jemand raus klatschen und jetzt müsste der zerstörer marketten gehen das wäre wichtig naja ich kann mich noch zweimal hochheilen alles fit 130.000 damage passt für das erste gefecht gewertete dieses jahr die schießt gar nicht auf mich nein die konzentriert sich auf den kreuz hinter dir einfach mal nur rüsten auf fahren einfach mal top raus holen die werden zwar nicht treffen aber mal gucken naja jetzt geht dafür nicht doch nicht naja egal noch secondary regelt vier brände bis jetzt gemacht schon ganz nett da ist die benzen aber schön gefahren ja ouch das war eine zitter ok ich war auch ordentlich nah dran so tschüss 154.000 der match sehr schön wo sogar noch feldzug dann habe ich auch noch gar nicht abgeschlossen naja und ihn wenn ich mir nicht holen 154.000 der match zu 81 zieltreffer vier torpedotreffer zwei flugzeuge abgeschlossen drei zerstört viermalen brand gesteckt ja 100 secondary treffer knapp sehr schön du bist ja die runde war für dich richtig lohnenswert 500.000 plus gemacht